Hallo, herzlich willkommen, heute wieder auf meinem YouTube-Kanal mit einem neuen Projekt am Korg PA4X Musikant. Ich habe früher sehr viele Styles bei den Technics Keywords im Composer eingespielt und dasselbe habe ich heute einmal am Korg versucht, dennoch kein ganzer Style, sondern mehr oder weniger eine dezente Bekleidung aus Cello und Pizzicato Strings. Für den Titel Der Winter von Antonio Vivaldi. Eine Oper, welche wirklich sehr schön und sehr klangvoll ist und ich möchte den Titel mit einer Violine des Korg spielen, denn diese hat eine wirklich fantastische Ausdrucksweise. Auch dieses Vibrato, was im Nachhinein entsteht. Wie gesagt, selbst programmiert die Begleitung, welche ich mit dem On-Bass spiele, beziehungsweise bei Korg nennt sich das Bassinversion. Das bedeutet, der tiefste Ton vom Akkord wird vom Bass gespielt. Ich zeige euch kurz, was ich da programmiert habe. Also etwas ganz Dezentes. Und ich werde das jetzt einmal einspielen. Und dann nehme ich noch einmal dazu eine Klavierstimme auf. Das schneide ich am Ende zusammen. Und das Ergebnis, das seht ihr genau jetzt. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.